Eintritt ist natürlich da, Bert, du sollst aber hier hin zu den Chicken. Ich fasse schon auf die Auge. Ich fasse schon auf die Auge. Habt ihr eine Stecklingenteile? Sieht nur. Die legendäre Schärfe einer Dädrischen Waffe. Großartig. Und hier ist eure Bezahlung für die Teile. Jetzt brauchen wir nur noch das Heft und den Knau. Ja. Wenn ihr mich sucht, ich kümmere mich um das Museum. Okay. So, jetzt brauchen wir noch den Heft und den Knau. Und die finden wir, eins finden wir hier. Mortal. Einsamkeit, da war ich doch schon. Ja, gut. Da ist wahrscheinlich eine Mine. Hey. Fährst du hier mit dem Schiff? Bevor die Tage, die wir noch verbleiben, auf dem Wasch zu befehlen von einem Jungen, für die Schiff. Aber ich brauche das Gold. Ah. Okay, du harrwitzig also für mich. Gott. Memme. Ich habe ein Problem mit mir. Geht sterben. So, okay. 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 Gibt es hier irgendwo... Wo gibt es hier eigentlich die Kutsche, die an die Wall hinbringt? Gibt es hier nicht. Müsste doch eigentlich. Cool, ja, dann Schweifstein. Hm. Okay, äh, dann... Ich stelle von Weißlauf. Ja. Niemand weiß, wer die Himmelsschmiede gebaut hat. Ah, das stand er eben schon. So, Pferd. Bleibs hier. So, wo muss ich denn jetzt hin? Nach... Nach... Ne, da muss ich mich hin. Ähm... Mortal. Ja. Wohin sollst du... Ähm... Mortal. 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 auch hier so trinken ein einzelnes kreis mortal entdeckt was ist denn alles genau ja die Armee ist immer auf der Suche nach unseren eigenen vier Wänden noch sicher wenn ihr meines nicht um die Mühle geht habe ich keine Zeit mich zu unterhalten ich suche nach Teilen ich weiß nicht wovon er redet tatsächlich ich habe von ihm gehört mein Vater verdächtigte ihn mit der mythischen Morgenröte in Verbindung zu stehen er hatte wohl recht ich brauche sie nicht meine Familie hat acht Generationen damit verbracht die Klinge vor einem toten Kult zu schützen meinetwegen kann sie weggesperrt in meinem Haus bleiben gut mir ist es egal aber mein Vorfahren nicht oh so hier ist es gut die Götter wissen dass die Mühle ein paar neue Schaufelblätter gebrauchen könnte in Ordnung er gehört euch hier sind die Schlüssel er ist in einer Truhe in meinem Haus ok also gut es reicht ich habe wo ist das Haus denn wo ist das Haus denn wo ist das Haus denn ach ok in einer Truhe in seinem Haus und er gibt mir einfach mal so seinen Hausschlüssel oh da bräuchte ich noch seine Politkarte so gut in einer Truhe und und vielleicht nehmen wir auch mal das Gold mit was gibt es denn hier noch so um 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 fahrts kann ich doch auch noch kutschen von glaub schon kann ich aber von mir aus weiß ich nicht muss ich erstmal die kutsche finden ah und gut ist aus ich habe meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun es ist zu lange her dass wir haben von mir und das haben wir noch nicht entdeckt, den Ort, oder? Nein. Gut. Gehen wir mal wieder zu den Stellen von Pluswald. Ich muss ja gleich gucken, was die Idee da hier dazu gibt. Ja, muss ich gucken. Okay. Wieder was unnötig, den Stall zu stellen, aber ey. Ich mach's gerne. Okay. Wie heißt auch noch mal irgendwas mit M, äh, Markkart. Soll ich euch mit... Ah, Markkart. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Wart ihr schon mal in Markkart? Manche sagen, die Zwerge hätten die Stadt erbaut. Ich glaub davon aber... Wo ist das denn von Drachal? Die meisten Nord- und Himmelsrand-Dorben-Drachen wären nur eine Legende. Bis jetzt. Alter. Das sieht ja jetzt schon aus... ...Stelle von Markkart entdeckt. Gut, hier ist auch eine Kutsche und hier ist mein Pferd. Oha. Was ist das noch ein cooles Pferd? Aha, wachsam. Cooler Name für ein Pferdchen. Gut. Okay. Ich hab meine Markkierung platziert. Ich muss also da lang. Mach ich mal. Interessant hier. Was ist denn da schon wieder los? Was ist denn mit euch passiert, Paro? Die Abgeschworenen haben die Koltz-Kergermine erobert. Nur wir sind noch üblich. Alte Götter. Ihr zwei solltet reingehen und euch ein wenig ausrufen. Ich werde den Ja oder unser Nichts. Aha. Nicht gut. Okay. Moment. Ja. An zwar ein Schneier. Irgendwie muss ich da ja hinkommen. Dann muss ich wahrscheinlich über die Berge. Hier lang. Typisch. Ja, hier lang soll das gehen. Ich bin's. Ich bin noch nie. Hier kann man gut. Aber ich bin noch nicht da. Ich bin noch nie. Ich bin noch nicht da. Oh, ein Bär. Okay, lauf. Einfach nur laufen. Oh Gott. Scheiße, das ist ein Bär, schnell. Schnapplenkt. Gott. Lass weg. Wow. Das war echt knapp. Ich frage mich, mit welchen Bär will ich den Bären tönen können. Ein Hirsch. Alter, hab ich mich gerade schon. Alter, was macht ihr mit dem Hirsch? Hallo? Och, okay, aha. Ja, mal so. Okay. Gut. Okay, nicht gut. Komm, ich wollte nicht lang. Was ist denn hier? Rheinwasser-Passagen. Ah, okay, hier gibt's nix. Gibt's irgendwas. Ja, ne Höhle. Okay, da hab ich auch keine Lust, jetzt da reinzugehen. Tut mir leid. Also, ich bin... Ja? Wieso? Ich hab den Auto. Ich hab den Auto. Gut, dann weiß ich eben. Du kannst grad nicht...